Hallo, 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 weiter geht's mit Shakes and Fidget. Willkommen dazu, ich bin der Lars, ich grüße euch ganz herzlich zu weiteren Part hier auf meinem wunderbaren Kanal. Was geht ab, Leute? Ihr seht schon oben links, da ist der Haken am Start. Ich bin offizieller Partner, wisst ihr ja schon, von Shakes and Fidget gepartnert, vom Player. Richtig geile Schlagstand, da sag ich euch deswegen ein richtig hammermäßiges Nice. Was denn sonst? Falls ihr Bock habt, mich zu unterstützen, kostenlos, benutzt den Creator Code einfach im Webshop, wenn ihr Pilze kauft, den Creator Code unten vor der Bestellung, Bezahlung kurz angeben. Zuschauer, dann bekomme ich eine kleine Provision dafür. Vielen Dank dafür, kostet euch nicht mehr und gebt mir auf jeden Fall ganz, ganz viel Liebe. Dankeschön dafür, Gruß und Kuss auf die Nutz, auf jeden Fall Support ist kein Mord. Und wir befinden uns hier auf W56. Schon lange nicht mehr reingelümmelt, jetzt sind so viele neue Software gestartet, deswegen bin ich nicht dazu gekommen, andere quasi zu zeigen. Aber jetzt bin ich hier am Start, meine Damen und Herren. Denn, was haben wir hier richtig geiles? Was richtig geiles? Das war der Heliwets am Start und auf W56. Bislang immer, wirklich immer haben wir es geschafft, Number One, also the best in the fucking world zu sein. Und dieses Mal sind wir wieder auf einem sehr guten Weg, das Ganze zu rasieren. HHG- mit Benzin-Armbanakäu mit dem gerollten E-Arr. Sehr geil. So, wir fahren mal gleich kurz rüberlunzen, was hier so geiles am Start ist. Kurz für den hier gegönnt. Reinfüllen, auf jeden Fall Wunderbärchen. Ja, ihr seht es selber, wir gehen mal kurz drauf und zwar auf die Gilde und auf den Hallivater. Direkt wieder was gegönnt hier zum Abholen. Da sieht man schon Platz im Euro 1, 1,7. Haben wir hier 1,6, die zweite Gilde. Das ist ziemlich krass, obwohl, beziehungsweise der Vorsprung ist eigentlich okay. Ich denke, einige müssen noch rumlümmeln, wie ich zum Beispiel, noch ein bisschen Gas geben und alles zerstören. Ich weiß nicht, ob was Brotherhood macht, aber man muss überlegen, Golden Empire sind wir. Wir waren immer Platz 1 bei dem Hallivater. Es sind viele, viele gewechselt zu Brotherhood. Und trotzdem hatten wir eigentlich einen großen Vorsprung. Jetzt ist die Frage, wo ist der hin? Also jetzt habe ich doch ein bisschen Angst. Es sah die letzten Tage noch viel, viel besser für uns aus. Jetzt sind wir so ein bisschen nach hinten gerutscht. Ich weiß nicht, wieso. Ebenso ist ein Code aktuell am Start, dieser hier. Den kann man sich gönnen. Ich aktiviere den hier so wie Actimel, aktive ich Abwehrkräfte. Und zwar heute ist bei mir Mittwoch. Ja, bei euch wird wahrscheinlich schon Freitag oder so sein. Keine Ahnung. Das war schon ein richtig geiles Wochenende. Und ihr könnt euch auf jeden Fall nutzen und Co. Das weiß ich nicht. Aber hier gibt es den Code, den ich aktivieren kann. Wie Actimel, wie schon erwähnt. Und dann kann man richtig geile Sachen bekommen. Komm, wir schauen kurz drauf. Genau, Gold, 5000, 5000 dies, 5000 das, 5000 alles. Ja, und ein Buch. FSK 18, meine Damen und Herren. Sehr fein. Kann in den Kessel, deswegen weg mit der alten Scheiße. Sonst irgendwas Brauchbares hier noch am Start. 385. 385, 385. Brauchen wir diesen wunderbaren Stein oder nicht? 385. 3, 100, 5, 97, 99. Was haben wir hier? Besser als hier. Ich glaube, der Stein ist einfach für die Tonne. 82. Okay, das ist ein bisschen besser. Alles gleich hin. Wunderbar. So, wir werden gleich loslegen. Und wir werden auch allgemein im Dungeon loslegen. Denn wir haben hier noch einiges vor und einiges zu tun. Meine Alu musste ich durchgelümmelt haben. Kein Ding für den Kiff ist Bescheid hier. Wie gesagt, ich befinde mich hier. Oh, kurz einmal abchecken hier, was ich hier so reiße. Bis zu mir. Guck mal hier, guckt euch das an. Ich bin der krasse Berserker, der einfach so ausrastet. Und die einfach, guck mal hier, der nächste Gegner, einfach alles kaputt gelümmelt. Gar kein Ding für den Kiff hier. Döner AG besiegt. Sehr schön. Kurz auch hier reinlümmeln. Das ist auch Wunderbärchen. So, am Rad drehe ich auch noch kurz. Warum? Weil ich verrückt bin. Verrückter Mensch bin ich. Ein richtig verrückter Mensch. Da drehe ich doch gerne am Rad. Junge, Junge. Bin ich geil. So, Dämonenportal können wir noch betreten. Oh, was? Das lebt noch? Das komische Viech mit den ultra riesen Milchtüten plus. Keine plus Flügel ohne Innenleben. Verdammte Axt. So, wir haben noch die Pets, die wir füttern können. Die wollen auch mehr als so eine dreckige, alte Sau. Die wollen nicht zu pervers werden hier. So, kurz hat den hier reingelümmelt in den alten Lachs hier. Wunderbärchen. Schön, schön, schön. Ihr seht ja schon, ich bin auf einem guten Weg, so langsam ganz viele Pets auf das Maximum zu ziehen. Aber bevor man alle Aufrufe zu 200 hat, das dauert noch ein bisschen. Das ist schon viel. Ja, Stufe 394 und ich glaube, ich glaube, heute ist es soweit, wir werden kurz Stufe 400 machen. Und mit Stufe 400 werden wir ohne Probleme beim Heliwetter nochmal ausrasten und uns auf jeden Fall einiges gönnen. So muss es sein. Kurz nochmal gewürfelt hier. Ein paar Sandöhrchen vielleicht. Auch nichts. Wie wäre es denn mit Holz, was ich hier brauche? Okay. Dann ein kurzer Gerner rausgelümmelt. Das ist auch sehr schön. Das haben wir hier. Ein paar Kristalle. Das ist sehr fein. Dankeschön. Vielleicht Gold. Nein. Okay. Und am Ende noch ein bisschen Stein, was ich auch nicht brauche. Aber trotzdem, wenn es halt kostenlos da ist, noch ein bisschen Gold hier für die Tash. Seelen brauche ich auch nicht. Egal. So. Das habe ich ja alles. Das habe ich alles so wunderbärchen. So. Ich werde noch ein bisschen rein skillen. Beziehungsweise das mal kurz loswerden. So ein bisschen Gold haben in den Kessel. Jetzt werden wir noch ein bisschen skillen. Wir checken allgemein die Skillung an. Wie sieht es denn hier allgemein aus? Ich bin bei 5, 5 und bei 4, 3. Also ich muss ein bisschen Ausdauer nachziehen. Also ich finde schon, dass ich etwas mehr Ausdauer skillen möchte. Denn ich will am besten so, weiß ich nicht, 50, 50, 60, 40 in dem Bereich auf jeden Fall stärker zur Ausdauer. Das ist so mein Plan. Mal gucken, ob ich es umsitzen kann. Wir werden es sehen. Wie gesagt, mit der Zeit. So. Als nächstes haben wir alles fertig. Und jetzt geht es ab in den Dungeon. Meine Damen und Herren, ich glaube, es ist einiges drin im Dungeon. Wir waren schon länger nicht mehr. Die Wevenstuhl werde ich mal aufbewahren. Wenn Hexen-Event ist, habe ich gelernt. Aus dummen Fehlern lernt der Lars immer sehr, sehr gut. Was haben wir denn hier? Die Invisible Woman haben wir als erstes. Und ich glaube, Invisible Woman ist schon so eine Madame. Da sieht man schon, die ist drin. Die ist aber sowas von drin. Die hat Bock. Bock zu sterben. Bock mir ihre XP zu geben. Und Bock uns den Helivator weiter nach vorne zu drücken. Gerade sah das irgendwie besser aus mit den Trice. Gerade sah es viel, viel besser aus mit den Trice. Gerade sah die mega easy aus. Gerade sah die mega super easy aus. Da ist sie da und gar kein Ding. Nice. Für den knackigen King. Schön. Gefällt mir. Da gibt es sogar einen Epic Ring. 554. Der ist genauso gut. Ja, der Ring. Okay, wir schauen kurz. Stärke 4,54. Oh, ist ein Geschickring. Äh, Heilstopp. Das ist ja ein Geschickring. Das ist ja Dämonen. Ja, der Lars ist wieder blöd unterwegs. Der Lars ist blöd. Hätte fast wieder ein Geschick-Item seinen Berserker gegeben. Läuft. Also Fehler müssen halt drin sein, sonst wird es halt langweilig. Ich habe ja alles verzaubert. Das ist schon mal schön. So, number one is down. Weiter geht es hier mit Mr. Candyman. So, Mr. Candyman geht auch schon mal auf 50%. Der ist auch drin. Das habe ich mir sagen lassen. Mr. Candyman. Gib mir deine wunderbaren Süßigkeiten. Ich steige in einen elendigen Van, wo ich nie wieder rauskomme. Außer ein Jungfad im Popo. Komm, Mr. Candyman. Gib es mir. Gib es mir. Eieiei. Der ist auch drin. Doch, ich glaube schon. Müssen Lucky Lars aktivieren. Auje, auch zu spälen schon hier schon bei mir. Obwohl ich müde, dass ich los bin. Trotzdem wieder aufgenommen. Warum? Weil jetzt kein Ding für den King hier. Let's go. Oder wird der was? Oder wird der doch nichts? Ich kann es euch gerade gar nicht sagen. Aber es wäre sehr schön, wenn er fallen würde. Aber irgendwie hätte er keinen Bock. Wir checken mal kurz die andere Lage. Hier haben wir das Trolltrio. Was scheinbar auch machbar ist. So wie ich das sehe. Ja. Nächster Trolltrio. Ich glaube schon. Es wird heute ein hartes Brett auf Stufe 400 zu kommen. Ich dachte, wir hätten mehr Chancen. Wenn ich jetzt ehrlich bin bei den Dungeons. Da hat der Lars ein bisschen versagt. Denn Einschätzung hat er keine. Er kippt sein Bestes. Aber das ist meistens nicht gut genug. Irgendwie. Ja. Das ist. Nee. Ende, das zu vergewaltigen. Nee. Oh, was war das denn für ein Try? Not nice. Warum fällt der nicht? Not nice. So eine Scheiße. Okay, das war das Ding auf jeden Fall. Das war der Try, den wir brauchten, um ihn zu besiegen. Aber ich muss alleine noch sechs Level machen. Und sechs Level eben ist ja ziemlich viel. Beziehungsweise, sag ich mal, fünfeinhalb. Beziehungsweise fünfein Drittel. Wie auch immer. Aber trotzdem muss ich mindestens ein, zwei Dungeons noch wegklatschen. Sonst schaue ich es nicht. Jawohl. Schön. Nice. Let's go. Und der King. Oh, der King direkt auf gut Prozent. Der ist da und 395. Let's fucking go. Nice. Schön, der Berserker, der macht's. Ist der Goddum. Goddum. Oh je, ein richtig feines Upgrade. Gefällt mir. Nice. Direkt nice hier. Steingewinnung, bitteschön. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Und das reingelümmelt. Dann haben wir hier, wie gesagt, Geschick. Geschick 558. Auch ein feines, leckeres Upgrade. Da hab ich wieder Sabber im Mund. So, kurz verzaubern. Ein Ring vielleicht noch? Nein? Okay. Alles klar, es kann weitergehen. So, in der Schattenwelt. Wir können mal kurz hier Mr. Candyman ein paar Scheiß rauslümmeln. Also, ich, ich, der darf halt nicht einfach so viel ausweichen. Und wir müssen als Berserker Gas geben. Wir checken mal kurz die Lage. Also, Krieger, Megabat. Mage, Megabat. Ja, das war alles Megabat. Also, das ist, äh, ja, ähm, ja. Ich glaube, unser Kunde muss einfach viel ausweichen. Wir müssen blocken. Mage muss kritten. Und wir müssen Berserker-Fertigkeit. Das muss halt alles zusammenspielen, um diesen Kollegen zu besiegen. Er ist gerade nicht drin. So, was haben wir hier? Das schaffen wir nicht. Als nächstes haben wir dann hier den, äh, Hut. Ja, der Hut hat auch keinen Bock. Mr. Head. Da gibt's gleich einen Headbanger. Ne, was ist mit ihm hier? Mr. Mandalorian. Äh, der will auch nicht. Schade. So, was ich check mal kurz hier in die Lage. Ja, auf gar keinen Fall. Heimdall. Wir haben letztes Mal schon Heimdall so langsam an seiner kleinen Nuss gekratzt. Ob er vielleicht jetzt drin ist? Ich kann's euch gar nicht sagen. Wir tryen noch mal so ein paar Versuche. Mr. Heimdall. Sie wollen es doch auch. Sie, sie, sie möchten es sehr, sehr gerne. Habe ich mir so sagen lassen. Mr. Heimdall. Ja, Heimdall ist immer noch krass. Der hat so viel Ausdauer. Okay. 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 Dann haben wir hier Madame. Geht instant auf 50%. Ist schon mal gut. Dann haben wir so ein paar Trice hier. Was mit ihr los ist. Also ich muss jetzt Glück haben im normalen Dungeon quasi. Ob wir da etwas weglümmeln. Also ich glaube, es reicht nicht mehr, wenn wir einen wegklatschen. Wir müssen sogar zwei wegklatschen. Bestuhl 400 vielleicht sogar drei. Und da seh ich uns gerade nicht. Also da seh ich uns wirklich nicht. Was haben wir hier denn? Ja, gar keine Chance. Okay, das war es mit dem, mit der Schattenwelt. Wir gehen dann mal quasi zu, das ist bei der Dauerschlafe der Idole. Nope. Der ist auch nicht drin. Turm ist ja schon längst fertig. Und wie gesagt, wie erwünscht du, machen wir erst später. Ein Hexenevent ist dann, dass wir mehr Gold bekommen. Und hier befinden wir uns aktuell bei der Beschützer. Was ist mit der Beschützer? Ähm. Der Beschützer, bitte. Der sieht auch nicht so gut aus. So, 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 sorry. Kleine Pause, mal weiter geht's hier. Wurde abgelenkt. So, schaffen wir den jetzt Beschützer? Ich glaube nicht. Er sah gerade schon nicht so gut aus. Nope. Wir switchen dann mal zu Next One. Das wäre dann nächste Schlange. Ah, hier. Da, wo der Hut war. Der Hut und die Schlange. Man kennt sie, altbekannt. Die Harry Potter Style. Auf gar keinen Fall. Schlange ist auch nicht drin. Dann haben wir hier Mr. Nazgul. Den legendären Nazgul auf seinen komischen Fliegeviech. Fällt auch nicht. Nächste Schlange. Nächste Schlange. Blitzschlange. Aus dem Boden. Dann kommt Tom mit dem Hammer und macht kaputt. Auf Kopf. Geht auch nix. Ja, ich, äh. Sehe doch gerade. Ich habe gerade ein paar Zweifel. Ich habe natürlich extra diesen Part jetzt ausgesucht. Weil ich dachte, wir schaffen 400. Und, äh, dass wir quasi gut im Elevator dastehen. Nee, wie passt gerade gar nichts. Weißt du? In den letzten Tagen mega krass im Elevator. Richtig reingeschissen. Scheiben wir jetzt hier. Bist du mir die anderen ziemlich krass aufgeholt. Und 400 schaffen wir auch nicht. Ist ja hier ein schlechter Part von mir. Nicht gut getimt. Mr. Hercules. Ja, der ist drin. Der könnte fallen tatsächlich. Der einzige Kollege, wo ich so langsam, langsam, aber sicher ihn ankratze. Da müssen gute Trice dabei sein. Richtig gute Trice. Ich habe noch so ein paar raus. Aber, ja, das wäre wieder ein guter. Muss halt ein mega krasser sein. Ein mega krasser. Und wenn ich den jetzt weglümmel, werde ich auch nicht Stufe 400. Das reicht einfach nicht. So eine Scheiße. Nee, schaffen wir nicht. Okay. Wir schaffen im normalen Dungeon einfach mal gar nichts. Ist das nicht toll? Richtig? Nice. Was denn sonst? So, ab zum Elevator, um ein bisschen Motivation zu sammeln. Okay. Hier sind wir bestmöglich 100 in 89. War ich aktuell, wie gesagt, mit ganz viel Kraut, was ich geraucht habe. Bis zum geht nicht mehr. Mehr war auf jeden Fall nicht drin. Leider. Natürlich so gut es geht. Die gilt es unterstützen. Aber mehr war nicht drin. Okay. Dann schaffen wir noch so. Dann möchte ich mich schon gucken. Wir haben so auf 75 gegeben. Beziehungsweise gleich könnten wir schon mal Gas geben. Beziehungsweise schon mal ein bisschen Kraut rauchen. Weil ohne geht es nicht. Hier direkt das für 10. Für 10 Pilze. Ich bin YouTube Money Boy. Boah, hier. Deswegen hauen wir es raus. Gar kein Ding für den King hier. Let's go. Bam. Krokodil. Was willst du von mir? Ja, weggelümmelt. So. Boah, noch ein Kraut. Komme ich hier nicht weiter. Auch ein normales wieder reichen. Jawohl. Dankeschön. Zwei Stück. Kraut, Kraut, Kraut. So. Das sind einfach so mega mächtig, diese Items. Das ist der absolute Wahnsinn. Schreibt es gerne in die Kommentare. Benutzt ihr die? Ziemlich oft. Beziehungsweise wie ist das so drin bei euch im Budget? Wie oft könnt ihr die benutzen? Und wenn ja, beziehungsweise haut ihr alles raus von Heliwager? Sagt ihr eh in meine Gilder A? Die reiht eh Top 100. G ist gerade so drin. Da musst du Kamani raus pushen. Schreibt es gerne rein in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall interessieren. So, das wird nix. Döner AG. Da ist er wieder. Ist der Döner AG. Hier nochmal den kurz gelümmelt. Weiter geht's. Mr. Dame. Dame. Das ist ein sehr deprimierender Part heute. Muss ich ehrlich zugeben. Also Ziele wurden nicht erreicht. 400. Aber ich glaube auch ein bisschen hoch angesetzt. Aber ich dachte, wir könnten da echt was reißen. Aber sieht man, ich bin halt noch nicht so lange auf diesem ganzen hohen High-Level-Bereich. Und deswegen kann ich das gar nicht so gut einschätzen. Wie lange es braucht. Beziehungsweise. Welcher Dungeon als nächstes drin sein könnte. Das ist einfach Fakt. Ja, ist halt High-Level-Bereich. Aber 400 geht. Klar geht da noch viel, viel mehr. Aber für mich ist es High-Level-Bereich. Deswegen nennen wir es auch so. Jetzt gute Krautkurs aktivieren hier. Will ich es noch schaffen? Weiß ich nicht. Wir geben unser Bestes. Wir müssen echt Gas geben hier einfach nur. Damit Brotherhood uns nicht überholt. Das wäre nämlich ziemlich kacke. Das wäre mega kacke. So, haben wir den auch schon mal geschafft? So, eine haben wir noch. Ein Kraut. Komm, nimm ich es in den Mund. Mit Sack. Den können wir schaffen. Wie wir ihn schaffen. Wie es das Bestmögliche ist. 89, deswegen ist der auch da wunderbar. Einmal noch ein Kraut. Vielleicht haben wir sogar 190. Ich weiß es nicht. Was nervig ist auch teilweise, du brauchst dieses... Also, um jetzt weiterzubekommen, brauche ich einfach das legendäre Kraut. Oder wie es auch immer heißt. Dieses hier. Und manchmal, da blättest du 30 Mal und bekommst es halt einfach nicht. Super, super nervig. So, der ist da. Wunderbärchen. Natürlich muss auch noch die wunderbare Fälligkeit reinballern. So, 89, unser Bestmögliches. Schauen wir 190 schaffen. Ich gebe alles. Ich glaube, das ist jetzt der Karte. Jawohl. Nice. Ist das Ding noch mehr drin? Fragezeichen. Ich bin jetzt Stufe 20. Finde ich ziemlich stark von mir eigentlich. Wenn man rechnet... Oh, okay. Wenn man rechnet, dass ich gildentechnisch... Ja gut, welchen Platz bin ich hier ungefähr? Sieht man es nicht irgendwo? Ich kann auch rechnen. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 23, 23. Okay, Stufe 23. Also ich müsste quasi ungefähr Platz 23 sein, wenn alle gleich unterwegs sind. Eigentlich ist 20 dann okay. Beziehungsweise drei Plätze besser. So ist der Lars. Er gibt alles für die Gilde. Weil man sieht halt hier... Teilweise sind halt welche mit 410. Hier unten zum Beispiel... Ähm... Noch welche hier. 3,99. In meinem Bereich quasi. Beziehungsweise etwas höher als ich. Müssten eigentlich vor mir sein von den Marken. Ich finde... Der Elevator ist auch ganz interessant, um quasi zu sehen, wie aktiv die Dudes sind. Oh, das ist auch sehr geil. Der auch noch hier drin? Muss halt... Jawohl! Holy moly, Macaroni, 192. Er läuft bei mir. Kein Ding für den Klingel. Wunderbärchen. So. Dann haben wir es auch geschafft. Ich bin echt gespannt, wie es noch weitergeht mit dem Elevator. Es wird echt noch super, super knapp. Aber ich... Okay, jetzt sind wir wieder auf 1,8. Yes. Weiß ich nicht. Also wir hatten echt viel, 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 viel krasseren Vorsprung. Wo er hin ist, weiß ich nicht. Wir werden auf jeden Fall... Beziehungsweise ich bin gespannt, wie es hier weitergeht mit dem Elevator. Ich hoffe, ihr ballert auf jeden Fall auch weiter fleißig durch. Und Dankeschön, dass ihr den Creator-Code benutzt habt. Ich bedanke mich, dass ihr das eingeschaltet habt. Das war's. Leider ein kurzer Part, weil ich nicht das geschafft habe, was ich wollte. Deswegen tut es mir sorry. Aber trotzdem. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Sein Haufen super, dass ihr Boys & Girls. Danke fürs Zuschauen. Reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Und Tschüssi.